Das heißt Naruto1986, herzlich willkommen zu Pokémon Schild Part 38 Gut So, dann möchte ich mit denen ein paar Dann Von denen ein paar Und ein paar Luxus So Weil Da habe ich ja auch viele von denen Luxus, Vida und Flott Habe ich auch schon ein paar verbraucht Deswegen Habe ich das jetzt gemacht Nein So, du bist schon durch Wirst du So Dann So 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 Dann brauche ich die schon mal nicht. Ok, mal gucken. Gut, das war's. Im Prinzip habe ich die Kohle schon wieder zurück. Ja doch, hat doch bestimmt. Warte. Ok, kann von denen keiner lernen. Alles du und bräuchst auch nicht. Guck, schon habe ich wieder meine Dinge, was ich brauche. Schon habe ich wieder alles zusammen, was ich brauche. Schon habe ich wieder meine ganzen Dinge zusammen. Meine 40.000. Ok, mal gucken, ob man da was kaufen kann. Nebelsahmen. Das ist mehr. Das ist noch nicht mehr. Das ist noch nicht mehr. Und dann habe ich wieder. Nix hin. Ok. So. Rauch. Ball. Einfach man kann nicht mehr weg tragen. Stimmt die Flucht aus dem Klaut. Egal. Hm. Rauch nicht. So. 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 Brauch ich noch. Und zack. So, bitte schon, Freunde. So. So, Freunde. Jetzt habe ich wieder das alles zusammen, was ich brauche. Jetzt habe ich hier überall genug Geld zusammen. Hm. Hm. Dann werde ich gleich der nächste Kampf bestreiten gehen. Hm. Hm. So. So. Kann da nicht rein. Alles klar. Ja. Mhm. Auf jeden Fall nochmal. Oh yeah. Hm. Mal gucken. Mal gucken. Hallo. Empfang. Okay. Ganz einfach. Warum ich das jetzt mache? So. Akku. Alles klar. Ich weiß nicht, was mir der Akku bringt, aber egal. Flächen ab. Okay. Hm. 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 Ist da auch was geklitten? Elektrosan. Elektrosan. Okay. Ich bin schon nicht klar. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. Ich bin schon dran. durch seine verteidigung aha cool warum nicht da ist es doch schon hier beleuchtet gewicht hier das kannst du nicht das kannst du eigentlich in dem sind sehr gut gebrauchen und nochmal ein einmaliger aufladbare akku erhöht den angriff des trägers wenn ihr eine elektroattacke trifft dann gewicht ihr das auf hit plus ok ich habe erst geheilt dann bräuchte es wahrscheinlich gar nicht machen Hm. Pfuh. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Hm. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ok, er kämpft nicht, er ist dran können, dass er kämpfen will, aber Ok Ok Oh ja Hm Einfach schön Hm Dann gehen wir nach Spike fort Oh Gott Oder ist mal auf Route 9 Oh, voll die Hippisch, das haben wir hier Weil der ja nicht da ist, kann ich einfach durch Und Spike fort Oh, ja, komm schon wieder Gute Pfiffen Komm, hopp Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier Team Yale Team Yale Äh, warte mal, wo ist die Ding? Meine Freundin, hallo Wir sind ein Paar Wir sind ein Paar Eken, Leigh, und Mary sind ein Paar und die Ding ist... Das ist mit der Poker ein Paar Echt genial Überall voll die Graffiti und alles Kein Wunder Wenn die hier alles bekritzeln Was ist da, war denn den Spike hat auch gekritzelt? Spike fort, Spike fort, oh komm Komm Hä Klop Klop Tu Puss Ok Muss ich irgendwie gerade nicht verstehen, kann das sein Hm So, tschau Ah, komm mal her Komm mal her Komm mal her 2 Wow Wow Ich habe jeder ver... Hast du denn dafür eins? Hm Das verliegen sich Wie hieß du? Orkan gegen dich Feuerball Ok Erledigt Das war's Und zurück Oh, deine Partnerin hat verloren Jetzt nur noch du, Orkan Wow Richtig gute Attacke Was ich den beigebracht habe Ah ja, ok Gut Dann verabschiede ich schon mal Feuerball Ciao Und irgendwann Orkan Na Und das war's Gewonnen Ein Tor Wow Wow Hippie Braut es war sehr gut guter kampf wir stehen noch kurz genau kämpft und herr kämpft mit mir ok Bunker Ok Nicht runter Oh Cool Alles Zusätzlich drauf Alles klar So, dann probieren wir es nochmal mit Ach ja, wirklich Weißt du was Du kannst nicht mal, Alter Du hast echt eine Strategie mit so was mit deinem scheiß Bunker, aber Wenn du mir so kommst dann Bei Elektro, du bist schon Hm Gut Gut Gut